So, Freunde, guten Morgen, oder guten Abend, je nachdem wie ihr aufgestanden seid, ne? Achja, ich bin mit Gamepad, ach, Tastatur. Gut, wir waren hier gerade auf den Weg rauszukommen und yeah, dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo wir lang gehen können. Ja, ich weiß es nicht. Ach komm, erstmal gehen wir den regulären Weg hier mal zurück ein bisschen. Aua, aua, aua. Aua. Oh Gott. Aha, nochmal getroffen, jo. Ah, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, hier unten. Und? Ist es auch ein Weg, den wir noch nicht kennen? Oh, was, so eine Abkürzung. Okay, Blitz, wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Blitz. So, gut. Der wäre auch erledigt. Uah. Ach, scheiße. Aha, das P wollte ich haben. Beanies. Naja, weiter. Ich glaube, hier unten war irgendwo mal auch ein versperrter Weg und dann. Nein, kein P, schade. Aua. So, ah, da ist ein P. Okay, gehen wir mal hier rein. Ich weiß nämlich absolut gar nicht mehr, was hier war. Wow. Ich glaube hier, das sieht gut aus. Hm. Ja, das sieht, das sieht mal anders aus. Oh ja, oh ja. Oh baby, oh baby. Und ach ja, mir ist aufgefallen. Ach du Scheiße. Coole Mucke. Wow, wow. Was ist die geile Gegner? Ich lauf wieder weg. Ah. Alter, die sind aber auch stark. Ähm. Ah, was soll ich jetzt sagen? Verdammt, ey. Uah. Oh Gott. Okay. Wow, die sind sogar stärker. Oh, eigentlich kann ich auch mal hier kurz Game Over gehen, weil. Dann fangen wir gleich mit, äh, drei Leben hier nochmal an und das ist besser. Einfach mal. Ja, das ist besser. Währenddessen gucke ich mich aber noch ein bisschen um. Okay, hier geht's gleich weiter. Und wie geht's hier gleich weiter? Oh Gott. Aber ich hab so tolle Sachen gerade. Aber okay, eigentlich werden wir die eigentlich alle wieder kriegen, oder? Ach so, ich weiß nicht, ich bin... Ach. Doof. Spielt da! Den Zorn Thorst! Oh, oh, oh. Okay, ich treff keinmal. Doch. So. Komm, ich lass mich jetzt umbringen, sonst... Ja, komm, ja, bring ich um. Ey. Ich finde, das sieht aus wie so ein Ei. Ja, komm, noch einmal. Ne, zweimal. Oh, ne, einmal hat gereicht. Okay, so. Ja, continue. So, jetzt fangen wir auch hoffentlich bei... Ja, die Mucke verrät's mir. So, Area 3. Und ja, mir ist aufgefallen, wir werden immer mehr, Freunde. Ja, wir werden immer mehr, wir werden immer mehr Freunde. Ja. Nein, ähm... Und deswegen versuche ich mich mehr anzustrengen. Ich werde jede Ader, die ich in meinem Körper habe, so, äh... Mit Blut durchlaufen lassen. Das so aussieht, als ob ich der Mega-Burner wäre am Spielen und, äh... Obwohl, ne, ich lass lieber, sonst lass ich irgendwas anderes durchlaufen und... Das wäre sehr, äh, unpraktisch und... Es würden sich Leder wölben, äh... Lederschürzen würden sich wölben und das möchte ich nicht. Hust. Was? Was habe ich denn für eine Scheiße heute Morgen wieder, ey? Unglaublich. Oh, wow, das war nicht... Das war nicht schlecht. Oh, weg hier. Oh Gott, ey. Alter. So, weg hier. Die ganzen drückenden Gegner, die durch Wände fliegen können und... Was ist das rote Ding da? Wow, was Farbiges, Mann. Ich kann's töten. Ich kann's töten. Stöp. Cool. Was auch immer das war. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich das töte, ja. Und wieder weg hier. Oh Gott. Oh Gott. Es ist die Brutstätte des Bösen. Ah, weg hier. Alter, was ist das denn jetzt? Schon wieder so ein grauer Klops. Ja, fahr mal runter. Ähm. Ja, weiter. Ich habe wieder absolut keine Ahnung, wo wir sind. Aber... Alter. Okay. Uah. Oh, schon wieder. Oh, das Ding kann ich sogar schießen. Widerlich. Oh Gott. Hä, was ist das für ein hässlicher Gegner? Boah, holt dich mal Farben. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Er hat mich getroffen. Nein. Okay, weiter geht's. Dum, 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 dum. Hoch. Hoch. Abschießen. Alter, diese Bomben ziehen zwei ab. Näh. Fiese Viecher sind das. Oh Gott. Nicht treffen lassen von diesen. Gut. Ich hoffe mal, kriegen wir jetzt hier irgendwie so ein Verteidigungs-Upgrade. Oh Gott. Wie viel liegt der denn? Haha. Ja. Mach doch gleich den ganzen Raum damit voll. Ah. Und... Der Hintergrund verändert sich zwar immer, ich habe aber trotzdem keine Ahnung, wo wir sind. Okay, da liegt auch mal keine. Finde ich auch gut. Komm, jetzt hier den nächsten Dungeon, oder? Ich freue mich schon auf den nächsten Wars, ey. Wie der wohl aussieht. Oh Gott. Erstmal hier nach oben. Was gibt's hier? Oh, ein Haus. Rein da. Los, hier ein paar Upgrades holen mal. Ich glaube, ich habe das Spiel auch so ein bisschen so verstanden hier immer. Die Areas sind immer so eine kleine, ähm... Ja, so eine kleine World Map, sage ich mal, immer von dem Bereich, wo wir gerade sind. Ach, World Map kann ich nicht sagen, aber halt dieses Kartenviech. Und, naja, ähm... Dort müssen wir uns halt den Dungeon raussuchen. Es gibt immer solche kleinen Häuser, wo wir uns Upgrades besorgen können. Wow. Und, ähm... Ja. Und so in einem kleinen Haus, glaube ich, sind wir gerade, weil nach Dungeon sieht es mir nicht aus. Und die Musik ist auch noch so komisch. Okay, Bombenhilfen... Gar nicht so oft. Also, Bomben sind auch nicht so toll, wie ich zuerst dachte. Weil... Die sind nicht so toll, einfach. So. Weil man damit genau treffen muss und... Wow, ich kann das Ding wegschießen. Okay, suchen wir jetzt mal hier ein paar Upgrades. Ist hier irgendwas? Zack. Power Ranger! Wir sind Power Ranger, brauchen keine Upgrades. So, weg hier. Vorbei an den hier. Und... Ich... 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 Hör lieber auf mit dem Namensgeben, ey. Ey. Das... Das... Das geht einfach irgendwann nicht mehr. Mit diesen ganzen Gegnern. Die... Alle so aussehen wie die anderen, aber... Nur eine andere Farbe haben. Aber... Das war doof. Das war doof. Okay. Suchen wir uns hier Upgrades jetzt nur? Ist dafür... Oh ja. Dafür ist es da. Oh, tatsächlich. Und? Nee, die Reihe lasse ich mal da. Obwohl, ich kann ihn ja töten. Hahaha. Okay. Äh. Wie gemein. Aber... Wir sind ein Power Ranger. Äh, das Guten und das sind Maschinen des Bösen und deswegen dürfen wir das. So. Was gibt's hier noch? Oh, das ist vielleicht doch der Dungeon? Meine Fresse. Der ist ganz schön groß, ey. Ja, auch cool. Dann haben wir auch Area 3 bald hinter uns. Obwohl ich die Musik mag. Dum dum. Dü, du, 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 du. Dü, dum, 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 dum. Oh. Sphären-Club-Schießen wieder da. Wow, 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 wow. Cool. Okay. Wir werden auch wieder schon fast geheilt. Wow. Hier sind die Upgrades versteckt. Mein lieber, schau dir da. Coole Sache. Und ja, genau. Das Gunbarometer. Wenn das voller wird, verändert sich immer unsere Waffe, je weiter das Gunbarometer steigt. Jetzt ist es gerade nur so weit, dass es nur wirklich, ähm, weit schießt. Ja, aber beim nächsten habt ihr das ja schon gemerkt, dann können wir ja auch schon so Verfolgungs, äh, Projektile abfeuern. Wow. Oh Gott, mein Kopf tut weh. Ey, mir habe ich gerade das so laut aufgedreht, dass eine Box auf meinem Boden brummt wie ein Bär und meine Füße vibrieren. Widerlich. Aber ich glaube, wir machen doch ein bisschen leiser hier. Dum dum. Dum 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 dum. Aua. Verdammt. Ich dachte, das trifft wir nicht. Oh Gott. Genau, ich habe jetzt... Welche Waffe... Was war nochmal die hier? Ach ja, es war das hier. Puh. Oh Gott. Wir sollten uns auch nicht scheuen, diese Waffen zu benutzen. Boah, richtig fett ins Eierauge getroffen. Ah scheiße. Telefon, aber nein. Ich darf nicht. Ich habe es mir, ähm... Zu Tat genommen. Nicht ans Telefon zu gehen. Zu Tat genommen. Ich weiß auch nicht. Ah, das Telefon. Hör auf, das Telefon. Ich kann das nicht tun. Wala. Ach, verdammt. Ah Gott. Gott sei Dank. Oh, doch, jemand da. Na egal. Weiter zum Display hier. Oh Gott, hier waren wir auch noch nicht. Sieht irgendwie schon ein bisschen richtig aus. Okay. Gleich sind wir auch schon. Okay, ist doch niemand rangegangen. Verdammt. Na egal. Das tue ich alles nur für euch. Nicht ans Telefon gehen. Weiter hier. Riesen. Oh ja, super. Bitte, bitte, bitte. Wie so ein Auge hoch und runter ging. Oh Gott, das ist schon wieder so einzig. Okay, ist hier noch irgendwas? Oh Gott. Nur so ein Viech. Weg hier. Ich werde es ganz gut...